Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog FC Karlsruhe gegen Lokomotive Leipzig. Max ist als erstes am Stadion, also am Anfang sind wir nicht da. Und genau, wir kommen dann auch. FC, 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 Jena! 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 Jena kämpft! Unser FC startet in das Spiel mit der Rückkehr Nummer 1 mit Marius Riesegang. Unsere 3 trägt Kitten! Mit der Rückkehr Nummer 5 mit Marius Riesegang. Jena! Unsere 7 trägt Erich! Jena! Mit der 23 dabei, Benjamin! Unsere 25 und Rotini, Justin! Kau! Unser Spielführer mit der Nummer 26 ist Nils! Kutze! Unsere 27 trägt Joel! Jena! Mit der 28 dabei, Hamza! Jena! Unsere 31, Philipp! Jena! Und komplett mit unserer Startaufgabe 32 durch Kalib Amu! Jena! 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 Wir wollen Jena! Jena! Wir wollen Jena! Siegen sehen! Oh, wie Berners, oh, wie Berners, oh, wie Berners, wunderschön. Die Mannschaft unseres M10 Karl Zeiss, jeder. So, wir tippen noch schnell, ich tippe, einfach nur weil ich nicht gegen Jena tippe, auf ein 1 zu 1. Ich glaube heute wird es ein richtig schwieriges Spiel, entweder unentschieden oder ein knackiges 1 zu 0 für Jena. Aber auch nicht richtig spannend. Das Spiel läuft schon, nein, das lautet zu. Wir müssen ganz außen rumlaufen und Bayern uns jetzt, dass wir gleich im Stadion sind. Diese Stadion sieht einfach geil aus, da ist der Lok Leipzig. Dann müssen wir wieder ganz außen rumrennen. So, und jetzt beeilen wir uns in diesem Stadionlaufen. Das dürfte gerade so zweite Minute sein. Ja. Max sagt, vor ihm steht ein Riese und es wird ganz... Ich kann nicht filmen. Und wir müssen ganz hoch und ich bin gespannt, ob das jetzt so wird. Hab jetzt ein Riesenklick unter mir für den Ball. Aber hier ist ein Riesenklick! Ich komme aber nicht zu Max hoch. Wir versuchen jetzt in der Halse hochzukommen. Deswegen fühle ich mich erst etwas weiter unten. Ich glaube, das ist okay so. Aber es wird schon passen. Scheiße, Schiri, Mann! Schön! Ja! Ziva! 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 Schön! Nee, einer der kam von Schiri, oder? Ja, wir sind. Hä? PASKAL! Hallo! FTT! 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 Bei den Leipzigern auch heute ein gewisser Pascal Pferdkamp mit der Nummer 7 in der Startelf. Ja! Ja! Schick! Frank! Ja! Ja! Schick! Schick! Oh, nee! Oh, nee! Scheiße, Mann! Ja! Scheiße, Mann! Ja! 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 Ich bin zu viel! Ja! 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 Wir sind auf Standen! Syri, du Arschloch! Syri, du Arschloch! Syri, du Arschloch! Komm, Paul! Nein! Ja! 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 Fast! Ja! Ja! Es gibt so einen Flyer vor der Nordkurve, den lesen wir uns gerade mal durch. Geil, Joren! Ja! Das ist jetzt genau der, der in der Hände fehlt. Ey! Zu aufbrennen, wie sie nicht mögen, wirklich Respekt an Lok leiden sich. Gute Stimmung bisher. Ja! Schade! Schade! Jetzt komm! Ja! Ja! Tatermusch! Macht sich warm! Auf gehts, Junge! Auf gehts! Ja! Kerel! Ja! 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 Boah! Drei. FC. 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 Der Ball ist weg! Das ist richtig schlecht in der Halbzeit. Konfekt! Auf die bessere gute Halbzeit, Paul und ich kamen bald bis zu spät, haben jetzt gesehen, aber wir sind jetzt nicht so ein gutes Spiel, wie er hofft. Was sagst du zur Halbzeit? Ich wollte eigentlich schon nicht zu spät gekommen sein, ich war jetzt die ganze Halbzeit alleine. Weil du sagst, du stehst drüber im Tor. Also Max sagt, er steht da hinten. Ja und der ist da. Nein, 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 nein. Tata Moschette drin für Benjamin Tank, glaube ich. Boah, du hast doch Platz, Mensch. Einfach nur nach vorne. Was hat er denn jetzt? Was müsste das drüber gewesen sein? Hat er gar nicht gesehen? Was hat er überhaupt nicht gesehen? Er hat nichts gesehen, das Spiel. Er hat gar nichts gesehen. Er hat gar nichts gesehen. Nur Lutz zur Hilfe. Nur Lutz zur Hilfe. Die Nummer 6. Lutz sieht genau aus der Rede. Das ist überhaupt kein Spiel. Ja. 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 Schwalz! 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 Guck mal, was ihr wackelt! Digga! Das ist ein Scheißspiel. Das ist ein Scheißspiel. Das ist ein Scheißspiel. Ist das ein Scheißspiel? Ja! Ja! Gar nichts! Gar nichts! Was? Fürs hauptes Gelb? Schweine! Lachse! Schweine! Und dann fangen wir vor Schweden an. Ja! Was ist das denn? Das war nichts! Komm! Jetzt weg! Abseits! 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 Auf geht's! Auf geht's! Ach so! Was? Was? Oh, warum? Was? Nein, 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 nein! Chiba! 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 Die heutige Zuschauerzahlen wurden präsentiert von der Sparkasse. Schieber, 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 Schieber! Was?! Gott wo ist Fein! Gottuswein, Gottuswein, Gottuswein Die Avention davor war ja überhaupt nichts Schiva, Schiva, Schiva! Rechts raus, rechts raus! Rechts raus! Ruh! Go! Hey, und was ist! Du kalt da auch, ihr Mann! Wir halten dich zusammen und kämpfen mit uns! Oh, das war's. Aufpassen. Nee. Aufpassen. Nee. Seid zu zweit. Ja! Wieder hingefallen. Jawoll! Sachsen, Schweine! Und dann fangen wir von vorne wieder an. So, drei hin. Sachsen, Schweine! Sachsen, Schweine! Tschüss. Ja! Das ist eine klare Schweine. Eine klare Schweine. Nein, der hat schon gelb. Der hat schon gelb. Bitte nicht. Das war nichts. Nein! 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 Das war eine klare Schweine. Das haben wir aber genau gesehen. Was? Nein! 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 Was denn? Das ist eine klare Schweine. Das ist eine klare Schweine. Also... So ein Scheiß! Das ist gar nicht verrührt. Ehrlich? Jena! Jetzt spielen Richter und Reinhauer! Schiva! 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 Jena! Jena! Nein! Das ist wieder lächerlich. Hat sich wieder fallen lassen. Wieder auf Empfehler gegangen. Lockdown! Im ersten FC Lokomotive Leipzig beträgt sechs Minuten. Oh, schade! Gute! Entweder! Oh, schade! Ach, schade! Jaaa! Jena! 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 Abseits, 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 ist das dumm. Digga, ist das alles dumm heute, wirklich. Jetzt liegt wieder 0-1 hinten, weil du zwei rote Karten bekommst, die gar keinen Sinn machen. Ist das alles dumm. Komm Paul, komm Paul, du bist frisch, Junge. Ach was machst du? Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so betrogen wurden, es ist die absolute Frechheit. Ey, das kann nicht sein! Das ist eine Frechheit! Das ist eine Frechheit! Das ist eine Frechheit! Das ist eine Frechheit! Ich! 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 Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Lassen Sie sich voneinander nicht provozieren. Bleiben Sie ruhig! Danke und auf Wiedersehen! Lassen Sie sich mal gucken. Schreien!